Hallo liebe Leute, Grüße zu Mrs.Tares von der Minute Klaminta. Heute ist der 18 Bierwitz. Moment, ist immer weit. Liebe Leute, Grüße zu Mrs.Tares, den passiert jeden Tag. Heute ist der 18 Bierwitz. Und zwar ist der von Alfred Schmidt und soll von ihm nur aus Lüninggrüßen. Der 18 Bierwitz geht in ein Restaurant und bestellt bei der Kellnerin 18 Bier und dann die Kellnerin 18 Bier. Wieso 18 Bier? Wieso denn so viel? Ja, da draußen steht unter 18 keine Bedienung. Er meint unter 18 Bierwitz geht in ein Restaurant und bestellt 18 Bier und dann die Kellnerin. Wieso denn 18 Bier? Wieso denn so viel? Ja, da draußen steht auf dem Schild unter 18 keine Bedienung. Erklärung. Fritz hat mir bestellt 18 Bier, weil auf dem Schild steht unter 18 keine Bedienung. Er meint unter 18 Bier keine Bedienung, dann heißt es unter 18 Jahren keine Bedienung. Da bin ich jetzt die Jahre mit dem Bier da. Okay, Sankau, wir dominieren.